Ich war früher immer beim FKK mit meinen Eltern und dann bin ich so zur Mama gekommen und habe gesagt, du Mama, da gibt es doch Frauen, die haben große Brüste und dann gibt es Frauen, die haben kleine Brüste. Dann hat die Mama gesagt, ja, das ist so, die Frauen mit den großen Brüsten, das sind die dümmeren und die Frauen mit den kleinen Brüsten, so wie ich, das sind die Intelligenten. Alles klar, wie man dachte. Zehn Minuten später komme ich wieder, frage, du Mama, da gibt es ja Männer, die haben so einen richtig großen und dann gibt es Männer, die haben so einen richtig kleinen. Dann sagt die Mama, ja, das, da ist es genau umgekehrt. Die Männer mit dem großen, das sind die Intelligenten und die Männer mit dem kleinen, das sind die dümmeren. Alles klar. Zehn Minuten später komme ich wieder, ganz aufgeregt, frage die Mama, was los ist. Sag ich, du Mama, der Papa, der steht da drüben und spricht mit einer ganz einer Dummen, aber er wird dabei immer intelligenter und intelligenter. Ja. Ja.